Hallo, willkommen zur Syntax-Vorlesung Woche 2. Es geht heute um Grundbegriffe und wir schauen jetzt einfach mal welche. Wie immer zuerst der Überblick. Wir werden reden über Strukturbildung. Da geht es darum, wie aus kleineren Einheiten größere Einheiten gebaut werden, vor allem halt in der Syntax. Dann reden wir über Relationen, nämlich Konkurrenz und Valenz. Das kennen Sie schon, wenn Sie in meiner Morphologie-Vorlesung waren oder die auf YouTube gesehen haben. Wir reden jetzt aber nochmal aus syntaktischer Sicht darüber. Und dann reden wir über Valenz. Und zwar Valenz als Faktor der Verbklassen bildet. Also Verben unterscheiden sich, weil sie zu verschiedenen Valenzklassen gehören. Und wir beziehen das darauf, welche Ereignisse von Verben eigentlich beschrieben werden. Aber zuerst Struktur. Sprachliche Einheiten und ihre Bestandteile, das sind wie gesagt teilweise Wiederholungen aus der Morphologie. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn Sie die belegt haben oder gesehen haben, dass das nicht gerade erst gestern war. Wichtig in der Syntax ist vor allem die Strukturbildung. Und das haben wir immer dann, wenn aus kleineren Einheiten größere zusammengesetzt werden. Ein Satz wie Nadeschda reißt die Handel souveräner als andere Gewichtheberinnen, zerfällt in Satzteile. Das ist jetzt einfach nur ein Vorschlag, welche Satzteile das sein könnten. Nadeschda reißt die Handel souveräner als andere Gewichtheberinnen. Sie werden, wenn Sie sich daran erinnern, aus der Schule sehen, dass das hier das Prädikat und die Satzglieder sind. Die Satzglieder oder Satzteile bestehen ihrerseits jetzt wieder aus Wörtern. Nadeschda reißt die Handel, die trennen wir halt im Deutschen glücklicherweise durch Leerzeichen ab. Und dann haben wir in der Morphologie besprochen, dass diese Wörter aus Wortteilen bestehen, Stämmen und Affixen. Das brauchen wir jetzt hier nicht alles zu wiederholen. Und natürlich am Ende können wir das Ganze in Laute und oder Buchstaben zerlegen, je nachdem auf welcher Ebene, graphematisch oder phonetisch wir uns befinden. Syntaktische Strukturen sehen jetzt erst mal so aus, wenn wir es so machen, wie auf der letzten Folie. Das heißt, wir haben einen Satz, der Satz zerfällt in, naja, Satzglieder, sowas wie Satzglieder. Die Satzglieder zerfallen in Wörter oder wir haben hier ja als Teile der Satzglieder eben doch noch kleinere Einheiten, die dann wiederum am Ende in Wörter zerlegbar sind. Zerfallen tun die von alleine eigentlich nicht. Wir müssen sie zerlegen. Innerhalb von Wörtern, jetzt als kleine Morphologie-Wiederholung, haben wir halt auch solche Strukturen. Das heißt, wenn wir sowas haben wie gegnerische, das ist eine flektierte Form des Adjektivs gegnerisch und da steckt Gegner drin, dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, na okay, gegnerisch, das ist ein Wortbildungsprozess, der da stattgefunden hat. Aus Gegner und ich wurde gegnerisch zusammengesetzt. Das heißt, wir haben ein Substantiv genommen und ein Adjektiv draus gemacht, na ja, und das flektiert dann. Das heißt, wir haben im Grunde die Möglichkeit, in der Morphologie auch solche Strukturen anzunehmen. Die haben in der Morphologie eine weniger hohe Komplexität und zwar deutlich als in der Syntax. Und deswegen mache ich das in der Morphologie eigentlich nie mit solchen Bäumen und in der Syntax sind wir ohne Bäume eigentlich aufgeschmissen. Zentral für die Strukturbildung ist jetzt der Begriff der Konstituente. Und eine Konstituente, ich beginne ausnahmsweise mal mit einer Definition. Konstituenten einer Einheit, also irgendeiner größeren Struktur, sind die in der Regel kleineren, aber eben höchstens genauso großen Einheiten, aus denen eine Struktur besteht. Das klingt jetzt kompliziert. Ich gehe mal kurz zurück. Wenn wir das hier auf dieser Folie illustrieren, dann sind die Konstituenten, die direkten Konstituenten dieses Satzes, Nadeshta reißt die Handel souveräner als andere Gewichtheberinnen. Dann haben wir Konstituenten von die Handel, das ist die und Handel. Das können wir hier fortsetzen. Von dieser Einheit sagen wir erstmal hier, souveräner als andere Gewichtheberinnen haben wir die Konstituenten souveräner und als andere Gewichtheberinnen und so weiter. Was ich Ihnen jetzt vor allem illustriert habe, sind die direkten oder unmittelbaren Konstituenten, das heißt die, aus denen die Struktur direkt besteht. Diese 1, 2, 3, 4 sind die direkten oder unmittelbaren Konstituenten dieses Satzes in dieser Analyse. Es kann sein, dass die Analyse, die wir nachher machen, dann ganz anders aussieht. Und mit nachher meine nicht in 10 Wochen. Und dann haben wir hier wieder direkte oder unmittelbare Konstituenten von die Handel und so weiter. Trotzdem sind auch alle diese Wörter, die hier ganz unten dann stehen in der Struktur, Konstituenten dieses Satzes. Sie sind nur nicht die unmittelbaren oder eben direkten Konstituenten. Jetzt ist das so, dass wir schon in der Syntax sehr großen Wert darauf legen, uns Gedanken zu machen, wie diese Strukturen, die ich jetzt gerade so ganz einfach bebeispielt habe, wie die tatsächlich aussehen sollten. Was vielleicht die natürlichsten Varianten solcher Strukturen sind, die am besten zur Sprache passen oder wie wir einfach die Beschreibung möglichst elegant gestalten können, möglichst effizient, sagen wir besser mal. Dazu beschäftigt sich die Syntax aber auch mit bestimmten Relationen, die zwischen Einheiten in solchen Strukturen bestehen. Und das schauen wir uns jetzt mal an, anhand von Rektion und Kongruenz. Was sind überhaupt Relationen? Schauen Sie sich das hier an. Martin zeigt einen Schraubensprung. Tina springt kraftvoll. Jetzt wird hier schon farblich hinterlegt. Einen Schraubensprung, das ist jetzt Schul-Terminologie, Schulwissen, ist ein Objekt zu zeigt. Ein Akkusativobjekt, ein direktes Objekt. Kraftvoll hingegen ist eine adverbiale Bestimmung zu springt. Und warum haben wir diese zwei Begriffe? Und wenn Sie jetzt nicht mehr ganz genau wissen, was diese Begriffe heißen sollen, keine Sorge, wir kommen darauf zurück, beziehungsweise auf bessere Begriffe, die das beinhalten, was diese Schul-Terminologie aussagen will. Warum haben wir diese beiden Begriffe? Na ja, weil die zwar diese Konstituenten zwar an derselben Stelle stehen. Martin zeigt einen Schraubensprung, Tina springt kraftvoll. Die Sätze sehen ja gleich strukturiert aus. Wir erkennen jetzt an der Oberfläche, natürlich sind es andere Wörter, aber wenn das die Konstituenten der beiden Sätze sind, sehen die erstmal völlig identisch aus von der Struktur her. Und trotzdem haben wir diese zwei Begriffe für das, was jeweils einen Schraubensprung und kraftvoll mit dem zugehörigen Verb verbindet. Naja, weil da andere Relationen bestehen. Die haben, unabhängig davon, ob die Struktur dieselbe ist, einen anderen Status im Satz. Und das will man mit dieser Begriffsunterscheidung hier ausdrücken. Das heißt aber auch, es gibt kein Objekt und keine adverbiale Bestimmung ohne einen Satz und ohne ein Verb in diesem Satz. Erst dann ergeben die Begriffe adverbiale Bestimmung und Objekt überhaupt einen Sinn. Und das meint man mit Relation. Das heißt, erst wenn beides da ist, ein Verb und das zum Beispiel direkte Objekt, dann können wir überhaupt von einem direkten Objekt reden. Wenn wir einfach so einen Schraubensprung hinschreiben, ist das kein Objekt, dann ist das einfach eine NP im Akkusativ, wie wir das später nennen werden. Die Begriffe Objekt und adverbiale Bestimmungen sind also relational. Sie beschreiben Relationen zwischen Konstituenten eines Satzes, die über die reine Strukturbildung hinausgehen. Und das wissen Sie vielleicht auch noch aus der Morphologie. In syntaktischen Strukturen gibt es Bedingungen, wie sich bestimmte morphologische Merkmale verteilen von Konstituenten. Wir zeigen das mal. Die Handel zerfällt ja in die und Handel und andere Gewichtheberinnen zum Beispiel zerfällt in oder wir analysieren es als andere und Gewichtheberinnen. Und wir sehen, dass hier bestimmte Merkmale übereinstimmen müssen in diesen Strukturen. Und zwar hier müssen alle Wörter Akkusativ Femininum Singular sein und hier alle Nominativ Plural. Das Genus spielt dann im Plural keine Rolle. Das Wort Gewichtheberin hat noch ein Genus, aber das spielt grammatisch keine Rolle mehr, weil das im Plural nicht unterscheidbar ist. Das heißt, hier bestehen offensichtlich Relationen in diesen Strukturen, die es erfordern, dass diese Merkmale übereinstimmen. Und zwar Kongruenz. Das haben wir hier innerhalb von sogenannten Nominalfrasen. Da muss Kongruenz, also Merkmalsübereinstimmung bestehen. Wir zeigen das nochmal. Es ist auch eine Wiederholung aus der Morphologie. Wir möchten diesen schönen Sportwagen, möchten als transitives Verb, ja, immer noch. Sportwagen ist Akkusativ Maskulinum Singular, Schönen auch. Das muss so sein, sonst könnte dieses Adjektiv nicht in dieser Position vor dem Wort Sportwagen stehen. Und genau das Gleiche gilt für den Artikel. Der muss in denselben Merkmalen mit den Werten des Wortes Sportwagen übereinstimmen. Akkusativ Maskulinum Singular. Und dann gilt natürlich, also allein logisch schon, dass auch diese beiden Wörter der Artikel bzw. das Pronomen in Artikelfunktion und das Adjektiv übereinstimmen müssen. Das ist Kongruenz in der Nominalfrasen. Das Gleiche gilt, wie Sie wahrscheinlich schon wissen, zwischen dem Subjekt und dem finiten Verb des Satzes. Auch eine Kongruenzrelation. Merkmalsübereinstimmung zwischen Subjekt und finitem Verb. Ich glaube, dass ihr den Wagen anschieben müsst. Zwischen müsst und ihr besteht Person Numerus Kongruenz, das heißt zweite Person Plural. Beide müssen diese Merkmalsausstattung zeigen. Bei Präpositionen, erinnern Sie sich vielleicht, gibt es eine etwas andere Situation und damit eine andere Relation. Wenn wir sowas haben wie, wir fahren mit dem neuen Wagen nach Hause, dann haben wir eine Rektionsrelation. Die Präposition mit verlangt den Dativ bei dem Substantiv, das ihr folgt. Und weil das hier eine gleiche Struktur ist wie die, die wir vorhin gesehen haben, muss hier dann Merkmalsübereinstimmung in Kasus, Genus und Numerus bestehen zwischen dem Adjektiv und dem Substantiv und dem Artikel und dem Substantiv und dem Adjektiv. Das heißt, dieses mit bestimmt den Kasus des Substantivs und damit auch den der Artikelwörter und Adjektive davor. Das heißt, hier greifen Rektion und Konkurrenz ineinander. Das Gleiche haben wir bei Verben und zwar in noch viel erheblicherem Ausmaß und vielleicht sogar für den Satzbau wichtigerem Ausmaß. Verben bestimmen nämlich auch den Kasus von ganzen Nominalfrasen. Ich gab dem netten Kollegen den Stift zurück. Naja, geben, also hier die Form gab, sagt, ich hätte gerne ein Nominativ, ein Subjekt und das haben wir in Form von ich. Es sagt außerdem, ich hätte gerne einen Dativ, den haben wir hier in Form von dem netten Kollegen und einen Akkusativ, den Stift in diesem Satz. Alles wunderbar. Die müssen nicht alle vorhanden sein. Ich gab den Stift zurück, würde auch gehen. Das heißt, diesen Dativ kann man auch weglassen. Trotzdem, wenn er da steht, steht er da, weil geben sagt, naja, ich kann so ein Dativ bei mir haben. Da kommen wir gleich noch drauf. Soweit haben wir jetzt Strukturbildung besprochen. Das heißt, einfach kleinere Einheiten, Wörter zu Satzgliedern, Satzglieder zu setzen und dann haben wir Relationen in diesen Strukturen besprochen, nämlich zum Beispiel Übereinstimmung von Merkmalen, Kongruenz oder Bestimmung von Merkmalen. Ein Element sagt, ich hätte gerne bestimmte Merkmale bzw. Werte dieser Merkmale bei einem anderen Element. Das war Direktion. Valenz ist jetzt etwas leicht anderes. Das ist keine Relation im Satz, sondern das ist eine lexikalische Eigenschaft von Verben. Geben, das haben wir eben gesehen, sagt, ich hätte gerne ein Nominativ, Dativ und Akkusativ. Was heißt das überhaupt? Ich hätte gerne. Darum geht jetzt bei der Valenz. Sie kennen vielleicht noch die traditionellen Verbtypen. Ich weiß, dass das an manchen Schulen irgendwie auch nicht unterrichtet wird, aber viele von Ihnen werden das kennen. Traditionelle Termini. Intransitiv. Intransitiv heißt, das ist ein Verb, das nur ein Nominativ regiert. Leben, Schlafen, die haben keine Objekte. Transitiv, das sind dann Verben, die entnehmen ein Nominativ, also ein Subjekt und ein Akkusativ. Ich sehe das Buch oder ich lese das Buch. Die Transitive ist schon ein Wort, was Sie wahrscheinlich nicht kennen. Das sind Transitive, die zusätzlich noch ein Dativ regieren. Also ich gebe dem Kollegen den Stift oder ich schicke dem Kollegen einen Brief. Präpositionaltransitive sind jetzt wieder was anderes. Die regieren ein Nominativ und eine Präpositionalphrase, also man leidet unter etwas. Das ist ein Beispiel, auf das wir noch mehrmals zurückkommen. Leiden unter. Präpositional die Transitive, das kann man sich jetzt fast zusammensetzen aus den anderen Begriffen. Das sind Verben, die ein Nominativ, ein Akkusativ und eine Präpositionalphrase haben. Ich schreibe einen Brief an meinen Kollegen. Das ist ein anderes Schreiben. Ich kann sagen, ich schreibe einen Brief an meinen Kollegen oder ich schreibe meinem Kollegen einen Brief. Diese Terminologie könnte man noch wesentlich weiter ausbreiten. Wir werden das ein bisschen neu ordnen dann, denn das sind hier nur Abkürzungen für einige von sehr, sehr vielen Valenztypen. Diese Valenztypen sind für die Theoriebildung relativ wichtig, aber es gibt noch viel mehr. Und was heißt jetzt eigentlich Valenz? Valenz hat damit zu tun, dass, wie wir eben gesehen haben, zum Beispiel ein direktes Objekt und eine adverbiale Bestimmung nicht denselben Status haben in einem Satz. Sie sind Ergänzungen oder Angaben. Wo wollen wir hin? Und ich fange so an, weil manchmal diese Begriffe Ergänzung und Angabe sehr suboptimal definiert werden. Und man weiß eigentlich, was man als Ergänzung und was als Angabe bezeichnen möchte. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Gabriele malt ein Bild. Das ist das klassische Akkusativobjekt, das klassische direkte Objekt. Das soll eine Ergänzung sein. Gabriele malt gerne eine adverbiale Bestimmung. Das soll eine Angabe sein. Okay, schauen wir mal. Gabriele malt den ganzen Tag. Das soll auch eine Angabe sein. Und Gabriele malt ihrem Mann zu figürlich. Ihrem Mann, da müssen wir nochmal drüber reden. Das könnte eine Angabe oder eine Ergänzung sein. Zu figürlich. Tja, was ist das eigentlich? Okay, aber auf jeden Fall wollen wir so einen Unterschied wie zwischen ein Bild und gerne irgendwie ordentlich definieren. Sie haben vielleicht intuitiv einen Eindruck, dass das was anderes ist. Auch weil Sie den Begriff adverbiale Bestimmung und Objekt vielleicht gelernt haben. Also ein Bild hat irgendwie eine besondere Relation zum Verb. Solche direkten Objekte, Akkusativobjekte, haben eine besondere Relation, stehen in einer besonderen Relation zum Verb. Ab. Weglasbarkeit hat damit nichts zu tun. Man kann beides weglassen. Gabriele malt. Punkt. Geht. Weder gerne noch ein Bild müssen stehen. Das kann es also nicht sein. Das ist nicht die Lösung. Und das wird leider in der Schule manchmal so unterrichtet. Es geht eigentlich um Lizenzierung. Schauen wir mal. Gabriele isst den ganzen Tag Walnüsse. Gabriele läuft den ganzen Tag. Gabriele wagt ihrer Schwester den ganzen Tag Stollen. Gabriele litt den ganzen Tag unter Sonnenbrand. Sehen Sie das? Hier haben wir überall diesen Akkusativ. Den ganzen Tag. Den kann ich überall dazu packen. Gabriele isst Walnüsse und zwar den ganzen Tag. Gabriele läuft und zwar den ganzen Tag. Das können wir im Grunde bei allen diesen Sätzen, die wir uns hier ausdenken, können wir den ganzen Tag dazu sagen, hinzufügen. Das geht nicht mit zum Beispiel ein Bild. Gabriele isst ein Bild Walnüsse. Jetzt kann man sagen, okay, Bilder kann man nicht essen. Gabriele isst einen Kuchen Walnüsse. Geht auch nicht. Kuchen kann man essen. Gabriele läuft ein Bild. Gabriele backt ihrer Schwester ein Bild Stollen. Gabriele backt ihrer Schwester einen Kuchen. Stollen geht genauso wenig. Gabriele litt ein Bild unter Sonnenbrand. Sie sehen, das wird alles nichts. Die Frage ist, warum können wir diesen Akkusativ hinzufügen? Diesen hier nicht. Und das hat ganz bestimmte Gründe. Denn Angaben sind vom Verb unabhängig lizenziert. Das heißt, sie dürfen stehen, egal welches Verb da steht. Es gibt vielleicht so ein bisschen semantische Kompatibilitätsbeschränkungen, aber im Wesentlichen kann eine Angabe bei jedem Verb stehen. Und Ergänzungen hingegen sind verbklassenspezifisch genau einmal lizenziert. Wenn ich hier oben ein direktes Objekt habe, dann kann ich nicht ein zweites hinzufügen, egal wie die semantische Kompatibilität ist. Ob ich hier nun zu Essen noch ein Bild oder einen Kuchen hinzufüge, das wird alles nichts. Und genau das ist der Punkt. Es geht gar nicht um die Wegglassbarkeit, sondern es geht vielmehr darum, ob das Verb es erlaubt, dass ein entsprechendes Objekt zum Beispiel da steht. Und das sind die Ergänzungen. Die sind verbspezifisch oder verbklassenspezifisch lizenziert. Und die Valenz ist nichts anderes als die Liste der Ergänzungen eines lexikalischen Worts. Und damit zusammenhängen jetzt bestimmte Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass man Angaben stapeln kann. Das heißt, wir können ganz viele Angaben hinzufügen zu einem Satz. Wir müssen den Wagen jetzt mit aller Kraft vorsichtig anschieben. Kein Problem, jetzt können wir noch ein paar dazustecken. Wir essen schnell mit Appetit an einem Tisch mit einer Gabel einen Salat. Also sehen Sie, einen Salat, da können wir nur eins dieser Art von haben. Wir essen schnell ein Tofu-Gericht mit Appetit an einem Tisch mit einer Gabel einen Salat. Ja, das geht nicht. Denn hier haben wir ein Akkusativobjekt und hier noch ein Akkusativobjekt. Und man kann nur eins haben bei Essen. Ergänzungen verhalten sich so, weil sie an einer ganz bestimmten Schnittstelle von Syntax und Semantik sitzen, wenn man das so sagen will. Denn bei der Verbsemantik geht es vor allem darum, welche Rolle die von bestimmten Satzgliedern bezeichneten Dinge in der Situation spielen, die von dem Verb beschrieben wird. Was heißt das? Die Semantik von diesen Ergänzungen ist abhängig vom Verb. Die Semantik von Angaben ist unabhängig vom Verb. Was schnell heißt, was einen ganzen Tag lang heißt, das hat mit dem Verb, das dann dabei steht, überhaupt nichts zu tun. Aber welche Rolle in einer Essensituation der Kuchen spielt, der im Akkusativ formuliert wird, das hat schon sehr viel mit dem Verb zu tun. Schauen wir mal. Während bildet hier Angaben, die im Grunde semantisch eigenständig sind. Wir wissen, was es heißt, während der Hausdurchsuchung, während der Ferien, während des Sommers stattzufinden, egal was da stattfindet. Das ist semantisch aus sich heraus zu erschließen. Was jetzt mit dem Ordner, dem Rasen und dem Sturm passiert, das hängt ganz stark davon ab, was hier in dem Verb eigentlich für ein Ereignis beschrieben wird. Der Akkusativ hilft nur rauszufinden, wie der Ordner, der Rasen, der Sturm zu dem Verb gehören und dann sagt das Verb, ja okay. Und das bedeutet, in dieser Handlung oder diesem Ereignis wird mit dem Ordner, dem Rasen, dem Sturm folgendes passieren. Und zwar völlig unterschiedliche Dinge. Der Ordner verschwindet, der Rasen wird verändert, der wird hinterher kürzer als vorher. Der Sturm, den ich fürchte, mit dem passiert eigentlich gar nichts. Das betrifft ja nur mich. Der Sturm, dem ist das egal, ob ich ihn fürchte. Dem Ordner ist es auch egal, aber wäre er sentient, dann wäre es ihm nicht egal, wenn ich ihn lösche. Und also das Objekt bezeichnet etwas, was in der Handlung oder dem Ereignis deutlich verändert oder im Fall von Löschen eben etwa entfernt wird. Und damit kommen wir zur Zusammenfassung zum Thema Valenz. Angaben sind grammatisch immer lizenziert und bringen ihre eigene semantische Rolle mit. Sie können semantisch-pragmatisch inkompatibel sein. Das ist dann ein etwas feineres Thema. Das brauchen wir in dieser Vorlesung nicht zu behandeln. Ergänzungen werden spezifisch von einem bestimmten Verb lizenziert und ihre semantische Rolle, das heißt, was mit dem Objekt in der Welt, das Sie beschreiben, dann passiert. Das wird vom Verb festgelegt, von der Verbsemantik. Jede dieser Rollen kann dann aber nur einmal vergeben werden. Zur nächsten Woche, ja das war es schon, nächsten Woche können Sie sich auf das Kapitel zu den Wortklassen vorbereiten. Wenn Sie die Morphologie gemacht haben, ist das Wiederholung. Und damit vielen Dank, bis zum nächsten Mal.